Dich. Egal. Finden wir mal raus, was genau du bist. Latino natürlich. Pacifisch. Pacifikens. Inselbewohner. Achso. Pacifik-Inselbewohner. Schwarz, weiß. Amerikanischer Einwohner. Weiß. Albana, Amerikaner, Araber, Ayane, Bulgarien. Germany wird wahrscheinlich nicht da sein. Türke. Tscheche. Russe. Kuarte. Japaner, Italiener, Irre. Däne. Chines. Bulgara. Ja, machen wir Amerikaner. Ja? Sind sie? Alles klar. Ah. Vielleicht stellen wir noch ein bisschen. Wenn du das einordnen kannst, kannst du besser Leute bestrafen, die andere nicht korrekt einordnen. Gut, dass ich jetzt mehr über dich weiß. Jetzt gehen ein paar Ärsche aufreißen. Wirklich. Dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Schnauze. 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 Okay, das haben wir dann doch noch gemanagt. Achtung, Kuhn-Freunde. Wir haben alle Infos und sind für die nächste Mission bereit. Alle sofort ins Kuhn-Versteck. Kuhn-Hende. Alles klar. Okay, Kuhn. Wie ich, wie ihr, ich bin auf dem Weg. Dann brauchen wir uns ja doch nicht um die Mission zu kümmern, denn wir haben schon einen neuen Auftrag. Kuhn-Back-In-Action. So, dann nehmen wir schnell den Schnellreise-Funktion. Ja, da vorne gab es eben halt wieder technische Probleme mit der Elgato. Ich weiß auch nicht, warum das immer jedes Mal rumspinnt. Also, keine Ahnung warum, weshalb. Auf alle Fälle musste ich halt ein bisschen wieder zusammenschneiden und ja, ist halt immer extrem nervig. So, war das hier der Kuhn-Labor? Ja, ach, Kuhn-Labor, sag ich schon. Kuhn-Versteck. So, ja, dann wieder den berühmten Code. Hol, scrabbit schnell, okay. Hol. Wo sind die Scrabbits? Darum. Scrabbles. Oder Scrabbits. Schnell. 1, 3, 6. Nein, oh, Alter, das passiert mir jedes Mal. Hol, scrabbit schnell. So, jetzt aber. Endlich, da bist du ja. Setz dich, Arschlaut. Schnauze. Warum ist der mal so böse zu mir? Verstehe ich nicht. Klassi hat Arschlaut verraten, dass unsere nächste Spur zum U-Storrid führt. Wir müssen dort heute Nacht einsteigen. Das ist unmöglich. Warum denn, Mosquito? Weil der Eingang vom U-Storrid komplett aus Lava besteht. Der ganze Scheiß-Eingang ist Lava? Fuck. Es muss einen Weg vorbeigeben. Gibt es auch. Toolshed. Toolshed? Was hat der Esel-Ficker damit zu tun? Toolshed ist doch ein Gerät zum Lava beseitigen. Das ist eine seiner Superkräfte. Hey, und Toolshed hat gesagt, er schuldet Wunderarschen gefallen. Also, das ist doch Toolshed. Dann bist du wohl schon wieder nützlich, Arschlaut. Ja. Super, Craig. Schreib eine anonyme Mail an Toolshed. Schreib, der Neue möchte seinen Gefallen einfordern. Alle anderen gehen nach Hause ins Bett. Wir treffen uns heute Nacht an U-Storrid. Alle ab ins Bett. Alle ab ins Bett. Geh nach Hause, Arschlaut. Wenn alles nach Plan läuft, trifft sich Toolshed später mit dir. Sei vorsichtig. Er ist ein verlogener, dreckiger Dreckskerl. Alles klar. Dann werden wir uns mal umziehen. Der zieht doch mal so aus wie so ein Mexikaner. Okay, weiter geht's. Wir sollen ja erstmal nach Hause. Wir gehen nach Hause. Wir gehen. Wo waren die überhaupt unter zu Hause? Wo waren die? Ach, hier hinten gleich. Alles klar. Warte hier. Ja. Muss man das echt mal merken mit den roten Häuser und so. Unter der Decke gehen nach Hause. Ist zu Abend. Ah, hier. Ja, der ist echt einsam, ne, der Junge? Also, wir sind echt einsam. Eltern. Ja. Kümmern sich den Scheißdreck um uns. Aber die... Kann man hier rin? Die reden total komisch, ne? Warum hast du dem Schuldirektor gesagt, welcher Rasse wir angehören? Das habe ich nicht. Das war unser Kind. Aber du hast es bestätigt, als der Direktor angerufen hat. Jetzt kann jeden Moment alles auffliegen. Unser kleiner ist verletzt. Kapierst du es nicht? Er fragt nach seiner Rasse und seiner sexuellen Orientierung. Weil er verwirrt ist. Die Verwirrung war gewollt. Oh, Mann. Je näher unser Kind der Wahrheit kommt, desto gefährlicher wird es für uns alle, du blöde Fotze. Hey, guck mal, wer da ist. Warst du draußen spielen, Schatz? Dein Essen steht auf dem Tisch. Und dann ab ins Bett, du hast morgen Schule. Ja, du hast morgen Schule. Ja, ich will nochmal gucken. Was auch immer da drin ist, das macht dich komplett irre. Irre? Welche Irre verrät dann allen, wer unser Kind ist, nachdem wir endlich untergetaucht waren? Hm, da ist irgendwas im... Da ist irgendwas im Bullshof, alle Fälle. Loading, Uploading oder so. Oh, was ist hier drin? Emo-Ponys. Zielkreuz. Überschallanzug. Überschallhandschuhe und Kopfbedeckung. Shark-Tabon für Blitzfreak. Oh. Nice. Woher kommen denn die ganzen Sachen auf einmal? Was liegt hier denn rum? Okay, dann gehen wir mal im Bettchen. Haier machen. Und dann... Hey, hör mal, Schatz. Wir haben nie drüber geredet, aber deine Mutter und ich sind sehr stolze Amerikaner. Jetzt schlaf gut. Hm. Irgendwas ist da faul. Die Nacht legt sich über die Stadt wie ein fetter Scheißhaufen. Der Gestank von Gier, Korruption und Verbrechen füllt die Straßen und macht sie unsicher. Und nur ein Team wird mit Scheißhaufen fertig. Kuhn in France. Hashtag Scheiß auf Freedom Pals. Finde den Goldschlüssel. Finde den Kupferschlüssel. Finde den so. Silberschlüssel. So, wir gucken aber jetzt schnell nochmal auf unser... Warte, Fakt, ob wir irgendwas Neues jetzt gekriegt haben. Irgendwas stärker als 50 auf alle Fälle. Hier haben wir noch 54. 50. Polizeimarke, ne? Können wir nämlich hier die 50 rin knallen. Mutantenstärke. Verpasst ihr eine Spritze mit Homo? Super. Iros Stärke passt gut mit Kräften zusammen, die physischen Scharen anrichten. Hohe Schmerzgrenze. Die wollen wir nicht treffen, genau. Also, es gibt mehrere Kräfte halt, ne? So, hier brauchen wir noch hellen Rang 6 und dann könnten wir nochmal einen ausrüsten. Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal rausschleichen. Koffer... Koffer... Ah, ist eingesperrt. Äh, zugesperrt. Oh, was ist denn hier los? Da ist der Schlüssel nämlich Okay, das können wir ja mit unserem Furz machen Da brauchen wir die Zeitlupe So Dann können wir uns nämlich schnell den Schlüssel holen So, ah, stimmt ja Die haben ja immer alles abgeschlossen, ne? Aber warum liegt hier alles kaputt auf dem Boden? Das ist total komisch So, den ersten Schloss haben wir schon mal Jetzt brauchen wir noch die anderen Schlüsse da oben Ah, das ist ganz easy Aber das sind Kerzen, ne? Ne, war schon Okay, dann brauchen wir noch Aha Nicht mit mir! Verdammt! Es ist gefährlich! Sie lauern dir auf! Hä? Also irgendwas ist gekommen, oder? Hier ist irgendetwas komisch So, okay Wir sind durch Da ist nämlich Toolhead Hey, so sieht man sich wieder Ich muss unsere Differenzen beiseite schieben Diese Stadt ist in Gefahr Und sie braucht Toolshel Bis hier Okay Hier nach zum Chaosversteck Zum Chaosversteck Willst du sicher meine Hintergrundgeschichte hören? Nö Hat mein Vater in der Garage getüftelt Bei einem heftigen Sturm Hat ein Blitz ihn von seiner Werkbank weggefegt Mhm Ich wollte ihm helfen Doch dann hat ein weiterer Einschlag Seine Werkzeuge mit Ah, eigentlich Meinem Körper verschmolzen Ja klar, der hat mit deinem Körper verschmolzen Du hast jetzt einen Käse So, epischer Platz Anstelle von Boni für dein Team Verleihen dir die meisten epischen Affekter Einzelartefähigkeiten Oh, rüst deinen Artefakt Einen epischen Artefaktplatz aus Das werden wir natürlich gleich mal machen Oh, da haben wir es ja Einen Kommando Giro Was macht er denn? Reserviert für Elite-Kun-Agenten Schaltet die Macht Epische Artefakte frei Die exotische Kampfeffekte ermöglichen Möglicherweise werden eingesetzte Materialien Nicht erstattet Also wir haben nur eins Schade eigentlich Wir haben bloß eins Ja, dann wirst du ein Superheld Geistlich behindert Ja Na, der ist schon gesoffen Warum bist du Warum scheißt du dir nicht einfach ins Gesicht? Nimm das, du Hure Randy, hör jetzt sofort auf Dein Auto zu zerkratzen Echt mal Okay Irgendwas stimmt nicht Mein Vater benimmt sich noch dümmer als sonst Ach, das ist sein Vater Oh, was ist denn da los? Kommen wir hier rin? Nee, natürlich nicht Schade Was ist da los? Machen die denn alle hier? Ah, die saufen So, wir sind endlich über dem Bahnsteig Ist deinen Eltern auch irgendwas passiert? Äh, ganz schlimme Geschichte Ganz schlimme Geschichte Darf ich dir ja nicht erzählen Wenn du nicht darüber reden willst Ja, ja Das ist eine ganz Ganz böse Geschichte Warte, ich muss mal hier noch was machen Schnell Und dann jetzt weiter Ach, okay So, dann Holen wir uns das schnell noch Oh, neul, Artefakt Crafting Barses Komponenten So, dann werden wir mal runter So Okay Okay Ich sehe unser Haus von hier Startbereit Das hast du wirklich drauf Ja, ich weiß, danke Danke Da ist nämlich die Lava Da oben ist aber noch irgendwas Wir gucken nur mal schnell, ne? Also wir müssen ja auch ein bisschen Mal hier alles abchecken Oh, hier ist Ne Katze Wir haben ne Katze erschossen Ist das jetzt die Katze Von dem Schwulen gewesen Oder Warte, ne, ne Katze Ich glaube, es war die Katze, ne? Sehr cool eigentlich So Was ist hier drin? Alles versperrt Schade eigentlich So Der hat gute Fähigkeiten, ja? Kann Bretter wegziehen So, da sind wir erstmal Er müsste dir Der krass intensive Urin-Gestank aufgefallen sein Öh Urin wird als Dünger beim Anbau von Marihuana verwendet Riecht als wäre die Couch gut gedüngt Ah, den verbündeten hat man noch nicht Für Strom gibt es extra Für Strom gibt es extra Wahrscheinlich hier der Tool-Typ Oder der ist nur für der Lava zuständig Ich weiß es nicht Also vielleicht Laut den Bohungen Den wir im Optionsmenü haben Ähm, gibt es sehr viele Ähm, gibt es sehr viele Gibt es sehr viele Oh, hier ist noch ein Bildschirm Ähm Ähm Ja Gibt es sehr viele Verbündete Du raust nicht mein verdammtes Eis Hält dich und Und Wie Wie Ya Du D Du Untertitelung des ZDF, 2020